es geht nach hause an die dunkles holz besorgt gegen beginnt jetzt genau jetzt ja 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 oh ich muss die mühle aktivieren ich gehe jetzt erstmal nach hause danach hole ich dunkles holz und dann aktive ich die mühle oder schauen mal ob die mühle überhaupt aktivierbar ist also ob alles gewachsen ist also schon gewachsen ist halt hier ich bin so kurz hier danach kommt die hier die gefahren besser muss hier rein als rauslegen dass ich nicht brauche ich weiß gar nicht was ich noch so vermisst aber ja bestimmt vor viel ich hab da nicht so ein wo kommst du denn ja mein süßer hallo böse junge böse junge sehr sehr böse junge so schutz nee was soll ich rauslegen ich habe ein bisschen blümchen die muss ich hier unten raus legen die lege ich mal hier raus hier ein bisschen cobblestone klatsch ein bisschen erde oh shit shit ein bisschen bambus roh und so lege ich mal oben raus in die schrottkiste schrott so betont so schrott so richtig schrottig ist es da ja 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 hier ein bisschen erde rauslegen zack ein bisschen stein ja den behalte ich mal den stein da ein ich lege mir da unten noch die urid und so raus den ganzen bullshit ja 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 das kennt man ja das kennt man ja das kennt man ja das kennt man ja alles da muss schön hier kommt das jurid rein hier kommen hier kommen die knochen rein hier unten in die monster kiste bäaam 48 gar nicht mal so schlecht schwarz war auch gar nicht so schlecht ja sonst habe ich nicht so weil ich rausgehen kann so dann nehme ich meine steine mit stein 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 so okay dann gehe ich mal weiter und zwar weiter an dem lager bauen übrigens er konnte ja erraten nach ja was ist darstellt und nach was aussehen soll das lager ist einfach so irgendwie so ein quadratisches haus mit jetzt in dem dach oben drauf nein das wird schon ein kunstwerk ein weiteres kunstwerk auf dem ja halten in dieser welt ja 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 so da 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 jetzt wird gebaut jetzt wird gebaut fast schon da los geht's ich kann es kaum erwarten oder oder sie schon nein 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 ich habe das dunkle holz vergessen nein einfach nur nein ich bin da einfach daran vorbeigegangen ich war nur in der kiste mit dem dunklen holz oh mein gott oh man jetzt muss ich wieder zurückrennen ich habe noch die mühle vergessen zu aktivieren wo jetzt auf jeden fall viel sicherer hier so nachts sich vorzubewegen viel viel geiler auf jeden fall das hat sich auf jeden fall gelohnt die ganze ausleuchtung und so weiter und so fort wenn die fackeln müssen weg zack zack weil es läuft das alles auch ohne fackeln so dunkles holz ich komme i'm coming to you come on dunkles holz dunkles holz dunkles dunkles holz dunkles dunkles holz hallo mein süßer glaube ich nicht sehr viel übrig so da gehe ich mal weiter bauen ich habe noch einen bogen so los geht's ich bin ich bin wieder hungrig ich will wieder was essen dir was zu essen so jetzt geht's weiter an die baustelle oh yeah baustelle 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 ich werde ich jetzt bauen die baustelle kann man nicht wirklich bauen aber ich wollte dass dort steht dass ich gerade im bau befindet das kann man natürlich bauen oder an ihm weiter bauen weil ich es auch machen werde so dunkles holz kommt sofort zack 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 nein kackt so 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 ok sieht auch gut aus sieht auch gut aus auf der anderen seite muss ich gleich hin sollte man schlafen gehen das wollen jene mit monster das wird blöd sein ich brauche ich brauche ich brauche ich brauche den grafen table oder ne doch ich brauche nen grafen table doch doch für dunkle treppen dunkle seite dunkle treppen komm auf die seite der dunklen treppen so 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 ok dann kommen drei treppchen sind ein treppchen bleibt übrig oder nicht doch 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 an treppchen bleibt übrig blöd eigentlich sehr blöd aber was soll's man muss halt opfer bringen opfergabe opfergabe so ich geh mal schlafen ich geh immer schlafen damit das tag gehört damit ich mich sicher fortbewegen kann hinteren nach hinteren nach weil sonst kommt jederzeit ein creeper um die ecke und dann ist es ein kaboom ja 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 so ok schlafen ok so jetzt jetzt weiter ja sie geht es weiter weiter bauen weiter bauen so steine meine süßen machen sie ja auch hier kaufen seinen steinziegel ist natürlich immer sehr bei sich haben so oder zu einem rennen natürlich sehr angenehm so ok so da ok wo ich noch in der mitte hier fliegen oh hier die steinz jaja ok sieht doch super aus jetzt muss das hier noch stehen also ich komme heute recht weit mit dem lager auf jeden fall wenn ich mich nur mit dem lager befassen dann komme ich schnell weiter aber nicht so wie man darf haben sieben tage oder so brauchte ich dafür oh mein gott es war einfach eine vergewaltigung was das ist okay ja 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 man ich vertone ich vertun mich andauernd so 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 oh yeah oh yeah ja ja aha 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 so in der mitte müssten ja so steinchen sind und dann ist variabel ob da was anderes noch ankommt oder nicht ich denke ich mache mal so drei hoch ich brauche im grafen der wieder ja ja ist er ist der standard hallo ich brauche ich brauche ich brauche habslabs oder nicht bricht nummer steinhaft selbst der bau stossen aber ein grafen table ok so dann geht's ab zum bauen ab zu bauen habe ich verkackt oder habe ich ja das meinte ich mit grüppern ja ja also so halt ja aufregend will ich mich jetzt auch gar nicht weil das war einfach standard zum glück ist kein holz weggegangen nur ein bisschen stein ja auch nicht so stark wie andere sachen deswegen ist auch nicht sehr stark kaputt haben so so gehe ich mal hier ein paar kisten kraften und danach mal schauen ein zwei drei vier noch manchmal vier das erste klatschen 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 dann rechnen dann rand ich mal nach da klatschen klatschen ja kommt nicht hin ich wusste es so ist das ein weg kommt nur noch mit die schnee kiste hin ah ist ja blöd ist ja blöd das ist blöd wo habe ich denn hier die ganze hafte wie es habe ich sie nein habslabs habslabs so okay jetzt steht es mit so weiter geht es noch mal neuer kisten gefällig aber kommen das kann warten so zwei hoch das lager wäre ganz angenehm ok also hier fehlt nun auch noch was so das ist es ist jetzt weiter bauen ich weiß gar nicht oh man was mache ich denn gerade mit der achsen abbauen ey boah wie blöd bin ich denn ich bin heute voll durcheinander so gehe gleich rüber auch noch mal da habe ich keinen habslaps ich gehe gar nicht zappe 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 kletchie 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 kissen war 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 stört Wissen, was ich mache? Was ich gerade mir überlegt habe? Das war sowas, ja. Bäm, sieht doch tausendmal geiler aus. Zack. Bäm, das sieht doch geil aus. Das sieht doch geil aus. Oh yeah. Oh yeah. Ich geil mich dann auf, an Minecraft. Oh yeah. Naja, nicht wirklich. Das wäre schon etwas bitter. Das zu sagen, ja. So. Zack, zack, zack. Hier nochmal. Bäm, das sieht denke ich mal viel geiler aus. Was ich gesehen habe, sieht es geiler aus. Auf jeden Fall. Also hier zumindest. Bäm. Bäm. Hier machst du das gleiche. Ich denke, ich werde es so machen. So upgrade, ich weiß gar nicht, ob das auch wirklich so gut ist. Bäm. 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 Kistchens. So. So. Okay. Klatschi, klatschi, klatschi. Ich denke, der ist einmal zu hoch. Kann ich das da so platzieren? Ja, kann ich doch. Okay, dann ist das doch die richtige Höhe. Joa, und dann soll ich das hier so lassen? Ja, das hier. Ich denke, das sieht auch besser aus. So. Ich denke, das sieht auch wirklich besser aus. Dann kann ich auch besser abgrenzen und so. Tralala. Zap. Halfslaps. Hab ich noch drei Stück. So. Dann hier noch so. Ah ja, weil ich hieß Ende. Da. Machen wir dann hier so abgrenzen schon mal alles. Ah, das ist das. Uh, da ist einfach nur Stein. Ich hab keine Steinziele anscheinend mehr. Oh, das kommt nicht ganz hin. Ich wusste, dass es nicht hin kommt. So, ist alles hier drum herum gebaut. Oh, ja. Ah, es kommt gar nicht hin. Eventuell. Oh, shit. Eventuell, eventuell, eventuell. Kommt es hin, wenn ich es einfach nach links verschiebe oder so? Kommt es hin, wenn ich hier mal nicht hin? Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall, ich geh mal schlafen, oder? Ich denke, es donnert den Blitz bald. Oder? Nee, ich denke, äh, weiß ich gar nicht. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht. So, auf jeden Fall, ähm, ich geh mal nach ganz oben. Tap, 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 tap. So. Ja, nicht der beste Ausblick natürlich. Boah, die Street hier, boah, das Ding, das Ding sieht aber auch hier auf jeden Fall mächtig, riesig aus. Natürlich wird hier das nicht so offen bleiben. Hier kommt noch eine Decke drauf und so, tralala. Aber wie viel Platz sein wird, boah, für Kisten ohne Ende. So, auf jeden Fall, ähm, im Hintergrund sieht man auch ganz viele Sachen. Boah, sieht alles so cool aus. So, auf jeden Fall, mit diesen Worten benne ich schon noch die Aufnahme. Bis zum nächsten Mal und tschüss.